Über uns. Ja. Aber ganz weit hinten meinst du, ne? Nee, komplett über uns. Oh ja, oh ja, das sind viele. Ja, die kommen hier hin. Schnell die Lagerhallen und dann nicht sie weg. Ja, hol die alle vom Himmel! Wenn ich mal ne Waffe finden würde... Ja geil, du hast ne Waffe ohne Muni. Aber hier hab ich ne OMP. Die kommt schon runter, ne? Ja. Was? Wer hat da den Shotgun? Einen hab ich. Nein, nein, ich bin runter! Schüsse? Ja, ich hab keinen Kontakt. Alter! Wo ist der Typ? Wo ist der? Ja, weiter weg. Ähm, links, 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 links. Beim Turm. Beim Turm. Also hinter des Turms. Alter, wie gut trifft der? Du bist doch direkt da vor den Typen! Links! Links! Was ist hinter dem? Da ist einer! Junge! Geh weiter links! Ich bin schon fast tot! Ja, das ist er. Hat er Heilmittel gehabt? Ne, warte, ich hol mir jemanden. Eines Heilmittel. Alter, was hat er für ne Waffe gehabt? Oh, das bist du. Äh, M416. Und deswegen hat er so gut, äh. Nimm du den TK, wenn du die haben möchtest. Ja, ja, gleich muss ich jetzt mal heilen. Hier ist ein Spieler, hier ist ein Spieler bei den Containern. Der folgt mich, 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 der folgt mich. Ja, genau. Haben. Ich hör, der war sofort tot, das war. Puh! Mit einem Eifelschussgewehr ist schon echt schwer. Ja, ja. Blut. Blut. Also rechts wurde auch schon gelotet, also. Vorwurz. Ah! Wah! Wuh! 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 Das ist so ordentlich. Hinten wir wahrscheinlich. Dann fahr weiter, nicht hier zu gelb, fahr weiter. Dann fahr wir durch, ja. Über die Siedlung dahinter. Hier wurde auch schon gelotet. Ich fahr über den Berg. Ich geh wieder in die Karte. Ich fahr über den Berg. Okay. Geschossen. Oh, Loot! Der Loot! Was ist hier links im Dorf von uns? Kannst du da sehen? Da fährt ein Wagen hin. Da kommt ein Wagen hingefahren. Direkt hinter dem Dorf auf Südost. 150. Siehst du? Ja, ja. Das heißt, wir lassen die Lutern und wir töten die dann. Ja? Ja? Ja, lass mir die was näher da rankommen. Snippert die weg. Noch ein Fahrzeug. Oh! Das ist bei dir. Das ist bei dir. Das ist bei dir. Das ist bei dir. Da ist. Das ist aber die anderen Leute, das wir hier sind. Ja, wir snippert die weg. Kannst du den looten? Der ist hier am Stein, ne? Ich loote den und ich snippert hier. Ich sehe auf den Wagen, der ist weitergefahren, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe eine Vielfachsuche. Ich laufe hin, die sind weg. Lass dich nicht täuschen, sei vorsichtig. Ich fahr mit dem Motorrad, kommt dann wieder zurück zu dir. Oh! Wuh! 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 Ja, ich bin da. Ist das Fax noch nicht mehr, ne? Das war's. Ich bin nicht so eingezogen. Ah! Wuh! Wuh! Fax! Fahr nicht zu mir, da ist noch einer. Ja, du bist eh tot. Ja. Wuh! 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 Alter, halt dich sofort, halt dich sofort. Leg dich hin und hält dich. Ja, ja, ja. In die Cooler. Es hat sich einfach nicht gelohnt. Es hat sich einfach nicht gelohnt, weil da eine Militärwärste ist, die jetzt eh wieder... also Militärwärtsstufe 3, die ist jetzt eh wieder hin. Und die Maschinenpistole wollte ich nicht haben. Es hat sich einfach nicht gelohnt. Außer ich hab halt einen echt coolen Stuntic-Wick. Alter! Ja, weil jetzt so lange haben die eben, hätten wir beide noch überlebt. Ja, ich wusste nicht, dass da vielleicht Leute bei dir sind. Nee, ich hab nur, ich hab nur einen gehört. Ja. Das war der, der einfach auf dich geschossen hatte. Den hat der Schrot ausgenockt und ein paar Meter weiter hinten kam plötzlich noch einer. Da hatte ich aber keine Chance, sie war zu weit weg. Ja, aber die Leute haben auch gar nicht mitbekommen. Ich war... Woher kamen die? Keine Ahnung. Okay, da hinten seh ich ein Auto. Alter, wie viele Teams sind das denn? Misch ich mal ein in den Kampf. Ich hab ihn getroffen. Sehr schön. Den kriegst du noch mal, wenn der jetzt gar nicht stehen bleibt. Ah, schade. Ah, der verfliegt sich zu sehr. Okay, er hat mich. Also er weiß, wo ich bin. Okay, der hängt sich ein. Aber ich seh den Typ hinter mir. Dem kümmere ich mich, wenn ich in der Zone drum bin. Ich schätze den Bäumen da hinten und kümmere mich um die Typen hinter mir. Otto, Otto. Ja, das Typ sieht mich auch. Ja, er schießt auf mich. Also was geht mein Träber sein? Nice! Okay. 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 Das verwirrt mich immer. Der Clemens hat auf Discord dasselbe Symbol, also dasselbe Bild wie Steven auf Steam. Das ist ein typischer Überfall. Das ist ein typischer Überfall. Fuck, ich hab das vollverkackt. Ich hätte einen holen können noch. Ja, aber... Da war da noch einer, ja. Was war der Team ist das? Gerade hingelegt. Schau mal ein bisschen, lass das Zeit. Ja. Was? Ich bin nur glaub ich... Warte mal, hab ich 100 Meter? Ja, ich hab 200 Meter. Deswegen verkacke ich's auch. Ich hab grad über die drüber geschossen. Ich hab auf 100 Meter eingestellt. So. 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 Ich hab ja jetzt mal das bezogen. Mann wie viel hänger denn auf den 결국 auf dem Schiff der Flucht der Lauf. Ich hab einmal ein bisschen. Warte ein bisschen weiter links von dir oder war der vor dir jetzt noch? Links. Ja, lauf. Genau deswegen. Ich hab den auch nur so schnell getötet, weil ich den so gut angehütet hab vorher. Häuserbeikampf. Ja. Hast du ne Schrot? Nein. Stammeskacke. Das ist außerhalb der Umwelte Dungerung. Hat versuch mal zu schleichen. Das ist eine Etage oben drüber. Ja, da hat grad die Tür geachtet. Äh, warte. Hast du ihn gesehen? Im Haus drin meinst du? Ja. Warte mal kurz. Dreh dich mal ein bisschen nach links. Ähm, ich glaub da liegt nämlich einer am Baum. Äh, Baum jetzt ein bisschen weiter rechts. Genau hinter dem... Ne, was? Kann ich jetzt beschreiben. Auf... Ich hab grad aber irgendwie die Sorgen, die da vorne da, beim Häusen. Guck mal, was halt... Etwas halt... Bewegt dich jetzt mal schnell. Ich muss auch grad auf andere Leute gucken. Da vorne ist doch einer. Aus Südosten. Den, genau den. Achte mich aber grad auf die da hinten. Sehr gut. Guter Call. Aber ich hab... Wurde abgedeckt halt durch die da. Die haben mich ein bisschen nervös gemacht. Die da vorne. Ich hab die gar nicht gesehen. Die hab ich halt... Ich dachte, du guckst so halt nach Leuten. Einfach nur so suchen. Ne, nicht. Ausgenockt. Da trifft ihr nicht. Das heißt, ein zweier Team ist noch. Zwei Einzelnen und ein zweier Team. Oder ein Eins. Oder zwei... Zweier Team. Scheiße, es ist uns... Nein, jetzt nicht mehr. Denkst am Baum. Ich seh' ja. Ich seh' ja. Da ist er. Den hasse, den hasse, den hasse. Es folgt eine kurze Anmerkung der Regie. Liebe Zuschauer, bitte beachten Sie, dass unser Protagonist bei der nun folgenden Szene sehr nervös war, was einen kurzzeitigen Verlust von präzisen Zielen und taktischem Denken zur Folge hatte. Ansonsten hält er sich bei besagter Szene deutlich anders verhalten, was den Ausgang der Situation höchstwahrscheinlich verbessert hätte. Wir sind uns natürlich im Klaren, dass Sie sich am Ende dieser Szene am liebsten die Haare raufen möchten, aber wir bitten Sie, angesichts der vorangegangenen Leistungen des Protagonisten, ein Auge zuzudrücken. Und ja, Krämer, du hättest es wahrscheinlich besser gemacht, aber scheiß drauf. Wir bitten Sie natürlich am Ende noch, ein Like da zu lassen und vielleicht ein Abo und was Ihnen sonst noch so einfällt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Haare raufen. Ich war einfach zu nervös. Ich bin zu nervös, ich bin zu nervös, ich bin zu nervös, ich bin zu nervös. Mach langsam, Martin, hat dich noch nicht mal gesehen. Ich bin nervös, ich bin nervös, okay? Wo ist der Chipint da unten? Ich bin nervös. Mach langsam, ich bin zu nervös, ich bin zu nervös, ich bin zu nervös, okay? Ich, 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 äh... Also ein bisschen verbauen, jetzt ruhig. Nimm Sniper besser. Das wird mit einem Schuss down. Ich bin grad echt scheiße nervös. Schieß mal ein... Ja, okay, warte. Ich hab, ich hab, warte, weil ich nicht. Und das ist nun doch so, wenn ich ran muss, siehst du, ich hab das hier abhauen. Wir sind noch. Ja. Nein, 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 nein. Nein, ich komm mich nicht mehr ein, also das ist... Ah, fuck, fuck. Hätt ich nicht heilen können. Ja, das Problem ist, ich wollte, ich hätte ihn grad fasziniert. Ich war nervös, okay? Aber ich hab 7 Leute gekillt, okay? Fuck. Du darfst da nicht heilen. Ja, warum hab ich nur 3 Leute gekillt? Ich hab 4 gekillt. Keine Ahnung. Vielleicht hast du nur noch einen ausgelockt so. Boah, fuck. Ich war zu nervös. Ich war zu nervös. Ich hätte den letzten Abend können, aber ich war einfach zu nervös. Bis zum nächsten Mal.